Hallihallo und alle, ich freue mich wieder mal, dass ihr wieder so viel dabei seid, dass ihr alle mitmacht und es ist so gescheitert, es ist super, so schönes zu tun. Einfach mal ein bisschen bessere Laune gleich bei uns alle. Okay, letzte Beine nehmen es gleich, die Beine ganz normal, die atmen durch, zieht die Arme nach oben, strecken und dann noch die Kürze im Nacken nach hinten, gleich abholen, einatmen, langsamer ausgelassen und ausatmen. Noch zwei, einatmen. Und aus. Und einmal. Aufrichten. Und schwinge die Flexi über oben, direkt über den Scheitel. Ganz klein. Schau, dass du die Flexi über richtig hältst. Kleine Finger ein bisschen lösen. Spann deine Beine an, spür dein Gesäß. Genau, beim Schwingen, kleine Impulse aus dem Ellbogen. Die Schultern nach unten ziehen. Bau fest eingezogen. Wachsen noch ein bisschen in die Übelsäule. Sehr gut. Atme tief ein. Mit Ausatmen gehen die Arme nach unten und wir entspannen alles. Alles ganz weit. Die Beine, der Bauch darf dick werden. Und nochmal, zieh die Arme zur Decke und spann alles an. Beine fest, Popo fest, Bauch rein. Spür auch deine Brücke. Atme weiter. Spür die spartigen Körper. Sehr gut. Beine noch ein bisschen fester machen. Popo backen. Und langsam die Arme wieder runter. Weiter schwingen und entspannen. Spür die Beine werden weit. Bauch auf. Und einmal noch. Wieder spannen. Die Arme zur Decke. Immer weiter schwingen. Direkt oberhalb vom Scheitel. Sehr gut. Beste Beine. Beste Beine. Spannst du es an. Popo fest. Bauch rein. Mit beiden Armen schwingen. Und die Arme wieder runter und alles locker lassen. Durchatmen. Die Beine röpfen. Und wir schaukeln einfach hin. Heben immer eine Ferse ab. Ohne Schwung. Ohne Schwung. Lässt du die Beine röpfen. Und jetzt ziehen die Arme mit auf die Seite leicht. Noch was hier. Die Beine noch ein bisschen mehr. Und schwinge. Ein Bein immer gestreckt. Gut. Achtmal. Lass die Arme gerade. Höchstens beweglich. Achtung, die Kreise in eine Richtung. Langsam. Und gehen mit dem Bein auf mit. Ein Bein bestrecken. Wenn du die Arme zur Seite stehst. Das Bein gerade machen. Und dann integriert ihr beide Beine. Höhe der Hände. Sehr gut. Noch vier Stück in die gleiche Richtung. Große Kreise. Strecke. Und einmal noch. Gleich in der Mitte. Noch mal. Gleiches schaufeln. Her und her. Immer ein Bein bestrecken. Wir bereiten uns vor. Und Kreise gleich in die andere Richtung. Okay. Und hier das Gleiche. Und dann. Und dann. Ein Bein. Und dann. Strecke. Rechtsbundin. An Bewegung. Gut. Okay. Noch vier. Drei. 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 Und mal vier. Eins. In der Mitte bleiben. Knie nach außen. Schwingend. Sechst die Bar unter deinen Knie. Sehr gut. Sehr gut. Zwei. Mach mal ein bisschen die Knie. Popo. Und runter. Vier. Drei. Zwei. Middel, Popo. Hitzen. Klar ins normale. Beweg deine Hüfte. Deine. Hier. Genau. Middel, Popo und inside. Klar, in die gleiche Richtung. Noch vier. Und andere Richtung. Genauso. Gewicht immer auf den Fischen. Popo malt die Kreise hinten. Okay. Sehr gut. Sieht richtig aus. Noch vier. Atme weiter. Und weiter schwingen. Beide Arme gleichmäßig. Vier. Lass die Beine gestreckt. Gib die Arme vor. Durchatmen. Und so decken. Weiter schwingen. Beine ein bisschen länger zusammen. Wir schwingen weiter. Und die Knie nach oben. Die Wechsel. Knie liegt. Bleibt immer schön aufgerichtet in dem Rücken. Beide. Vier. Drei. Zwei. Bär zur Seite. Arme bleiben oben. Immer weiter schwingen. Vier. Drei. Bär geht nach Hinsen. Acht Stück. Und die Fußspitze zum Boden. Vier. Drei. Nochmal. Knie vorne. Acht Stück insgesamt. Lass die Arme unterhalten. Scheitel. Beide schwingen. Selbst zu Seite. Ab. Sieben. Sechs. Genau. Arme werden schwer. Komm. Bär nach Hinsen. Lass die Arme oben. Atme. Vier. Drei. Letzte Runde. Knie hoch. Wuhu. Vier. Drei. Bär zur Seite. Gleich geschafft. Zwei. Vier. Drei. Und der Knie. Heben. Die allerletzte Runde. Arme über die Scheibe. Lass sie gerade oben. Bär sich. Marschieren. Und die Arme nach unten. Wunderbar. So. Jetzt haben wir schon schön die Arme gespürt und die Schultern. Wir öffnen die Beine wieder. Lassen. Okay. Wir gehen. Die Knie und Füße nach außen. Die Schleckse waren nicht mehr als die eine Stange. Den Stopp. Die Arme ein bisschen mehr nach außen nehmen. Arme. An der Stange halten. Okay. Wir sitzen auf einem Rucker. Becken bleibt immer gleich. Zubrie die Arme. Hier. Und ein bisschen mehr. Gut. Wir haben hier unseren Körper mit dem Bauch bleibt eingezogen. Und die Arme immer schön gerade lassen. Okay. Okay. Super. Jetzt geht der Rücken mit der Bewegung der Arme mit. Beugen. 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 Bleib fest. Schau, dass dein Rücken bleibt. Beugen. 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 Weiter. Sieht super aus. Abstehen. Beugen. Vier. Drei. Wieder. Nur die Arme lassen. Mit Rump. Start. Jede. Klasse. Okay. Jetzt lassen wir unseren linken Arm oben. Die Arme gerade gesteckt. In. Nach. Rechts. In die Brüge. Arme. In die Brüge mit. Und wirfeln. In das Dahlia. Wir haben hier die Bewegung. Okay. Der linke Arm findet ihr hier mehr auf die Seite. Immer nach rechts. Super. Und der rechte Held einfach unten. Sehr gut. Wief. 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 Schau, dass deine Hüfte zentriert leicht. Und atme. Vier. 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 Kommen Sie mit langsam. Dreh die Arme um. Noch mal fixiert hier. Becken bleibt auf einer Höhe. Auf die Seite beuge. Ohren. Und da spitze. In der Armbewegung. Üpp. Spür deine schrägten Bauchmuskeln. Weiter. Schau, dass dein Becken sich nicht verrutscht. Bleib in den Meter. Knie nach aus. Und sehr gut. Atme. Weiter. Arme ganz gerade gesteckt. Auf die Bucke wieder ab. Vier. Drei. Drei. Zwei. Kommen Sie mit. Und die Arme wieder wach. Sehr gut. Zu Decke und dann nach hinten. Öffnet die Arme so weit es geht. Lass die Fläche über auf den Händen liegen. Geh noch ein bisschen tiefer in die Knie. Schau, dass du mit der Flexi mal deine Rücken gar nicht benötigst. Zieh deinen Luftbereich nach vorne. Und die Arme nach hinten. Sehr gut. Hattlich noch um mein Gesicht. Du kannst hier mit den Fingern. Flexi mal festhalten. Und jetzt hier wieder schaukeln. Auf die Seite. Rechts, links. Bieden Sie feste Körpermitte. Becken stabil. Atmen. Die Arme sind wieder in der Fall hier. Schräg den Bauch. Muskeln. Seite. Seite. Lass schaukeln. Flexi mal bitte weg vom Rücken. Halten. Zieh die Arme nach hinten. Okay. Noch acht. Vier. Drei. Zwei. Bleiben. Jetzt schaukeln wir die Arme. Heuer. Fünf. Flexi mal weg vom Rücken. Nicht berühren. Zieh die Schulter hinten. Zusammen. Fußbein vorne geöffnet. Atmen. Bestimmte die Arme. Bleib in dem Mittelbild und Becken. Durch. Nier nach außen. Und atmen. Immer noch. Acht. Sieben. Sechs. Die Arme schön nach hinten sind. Gleich geschafft. Drei. Zwei. Eins. Nimm die Flexi mal wieder nach vorne. Sehr gut. Schulter kreisen. Durchatmen. Super. Wir haben alles schon ganz gut beschwitzt. Alle gern. Ja. Super. Bisschen was trinken. So. Ein paar Stückchen. Okay. Klasse. Dann wollen wir wieder mal ein bisschen Kursi nach Sühe machen. Die Beine wieder breit. Füße parallel und die Zehenspitzen zeigen nach vorne. Okay. Der linke Arm schwingt einfach runter. Auf der Hülle, der Hüfte. Genau. Durchatmen. Sehr gut. Der Arm geht nach vorne und wir schwingen weiter. Gegen den Unterarm. Arm gerecht ist stabil, ohne Bewegung. Super. Der rechte Arm geht zur Seite. Wir beugen ganz leicht die Knie und schieben unser Fokum leicht nach hinten. Spannen den Bauch fest an. Und kreisen mit dem rechten Arm nach hinten. Ja, genau. Vorne schwingen, mit dem rechten Arm kreisen. Und die Arme wollen gleichzeitig irgendwas schütteln, gell? Genau. Mach es. Einfach weitermachen. So wie es klappt. Jeder für sich. Vorne mit dem linken Arm schwingen. Vor uns zurück. Und mit dem rechten nach hinten kreisen. Okay. Vier. Drei. Mal schauen. Wenn die nach vorne kreisen, was ist dann? Wie klappt es? Okay. Nach vorne kreisen. Mit dem rechten Arm. Ja. Gut. Halte durch. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Nehmt den Arm nach vorne. Und jetzt geht der Arm hier ganz klein hoch und tief. Bleibt aufgerichtet in den Schultern, im Brustbereich. Ja, ich weiß, es ist nicht einfach. Okay. Vor allem die, die das das erste Mal machen. Das ist immer ganz, ganz witzig. Bitte, Arme nicht das machen, was wir wollen. Okay. Noch vier. Drei. Zwei. Pause. Beide Arten. Hier ist man. Den linken Arm schütteln. Ganz locker. Durchatmen. Und wir wechseln. Genauso. Bleiben stehen. Schulterbreit. Schwingt jetzt mit dem rechten Arm. Mal gucken, wie das jetzt auf dieser Seite klappt. Eine Seite geht ja. Wir werden immer besser oder schlechter. Wir führen jetzt unsere Schokolade-Seite raus. Ja, das ist schon. Okay. Der Arm geht sich vor. Die Knie leicht beugelt. Wir gucken gleich nach hinten. Wir kommen hinter. Abziehen. Wir kommen hinter. Vorbereiten. Genau. Linken Arm zur Seite. Okay. Spür, dass du hier mit rechts vor und zurück stehst. Immer hier schön aufgerichtet. Die Schultern ziehen und kreisen. Gerade Arm aus der Schulter kreisen. Ja. Super. Spür, dass du hier mit rechts reisen wirst. Vielleicht guckst du zu deinem Arm hin. Weil wenn wir das visualisieren, dann ist es hier leichter zu verstehen. Mitzumachen. Okay. Hier bleibt angewinkelt. Wir atmen weiter. Super. Noch ab. 4, 3 und jetzt andere bleiben nach vorne. Richtung Besse. Gut. Beine Arme bleiben gesteckt. Jawohl. Wir merken schon, eine Seite ist leichter, ja? Je nachdem, rechts oder links, Händer. Atmen. Wunderbar, leichter schaffen wir. 3, 2, 1. Und der Arm ist vor. Halt noch ein bisschen durch, ich weiß, die Arme sind schon ganz schwer. Genau. Schon wieder Gehirn-Jogging. Ja, super. Mit dem rechten Arm schwingen. Hintern, Unterarm. Vor, zurück. Und der linke geht hoch. Ungefähr so hoch, wie der geriebte Flexi war. Klasse. Zieh noch mit deinen Brustbereich nach vorne. Ganz kurz noch aufrichten. Die letzten 4, 3, 2, 1. Geschafft. Super. Jetzt schütteln wir den rechten Arm. Den Schmerz abschütteln. Und einfach entspannen die Schultern, deinen Hintenkreis. Noch mal den Brustbereich öffnen. Klasse. Jetzt haben wir auch schon fast die Hälfte der Zeit geschafft. Klasse. Ein bisschen strecken. Das tut uns auch gut. Wir nehmen die Flexi war auf die linke Seite. Kleine gestreckte Armlänge. Bitte bleiben Schulterbreiten. Wir gehen und unterstützen uns hier auf dem Griff auf. Flexi war es auf der Linie von deinen Beinen. Richtig. Schön seitlich lassen. Hüfte nach rechts schieben. Bis so richtig in die Beuge gehen. Und den oberen Arm zur Decke. Stift ihn gut auf. Wir gehen mit großen Kreisen auf die Seite. Mit festem Bauch. Langsam. Runter. Und wieder hoch. Schön langsam. Nochmal. Atme aus. Vielleicht schaffst du es mit dem Atem zum Boden zu tunen. Und dann wieder hoch. Und atme aus. Wenn du ziemlich. Gut. Mach schon einmal los. Lass uns dann den Arm rutschen. Und gib dir die Hand zu dem Fuß. Streck deinen Spitzarm. Ganz gerade durch. Bleib mit dem Körper zu sein. Keine gedreht. Und schieb die Plex überleicht. Und direkt. Noch mehr Behnung in deinem Oberarm. Schulterbereich. Vorsichtig. Noch, wenn du keine Schmerzen bereit hast. Du brauchst dich mal aktiv. Du bist gedreht im Rumpf. Atme. Noch. 4, 4, 3, 2, 1. Achtung. Dein linker Arm geht langsam nach vorne. Gibt zum Boden. Dreh dich in die Mitte. Und komm ganz langsam raus. Okay. Andere Seite genauso. Du streckst die Arm auf die Linie von deinem Fuß. Aufstehen. Becken nach links schieben. Ganz lange Arme. In Ausatmen. Mit festem Bauch langsam und groß kreisen. Über die Seite hoch. Und noch mal. Liefer Atemzug. Und wieder ausatmen. Und noch zwei Stück. Ein letztes Mal noch. Der Arm geht runter und wir bleiben. Komm mit der Hand so weit du kommst. Zum Boden oder zum Fuß. Bleib gedreht mit dem Rumpf. Und schieb deinen Arm. Wenn du auch den Flexibar hast, noch ein bisschen weg von sich. Dehnung in der Schulter stüren. Dein linker Arm bleibt auf dem Fuß oder am Boden. Und gleich steigern. Dehnung steigern. Mit dieser Windbewegung. Okay. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Vorsicht langsam. Den Arm nach vorne kippen. Körper mit ihren Zehensiniteln. Und langsam wieder aufheben. Super. Super. Klasse. Super. Okay. Schulter noch ein kleines. Sehr schön. Wir gehen dann auf die Mate. Oder muss jetzt nicht sein. Auch dafür, wenn ihr Rutsche mit dem Boden habt, dass die Füße feststehen, dass die Beine nicht auseinander rutschen. Deswegen vielleicht auf die Mate stecken. Ja. Linkes Bein vorne. In sein rechnes Bein. Bestrechn. Okay. Letzten Bauch vorne. Halten. Und schwingen. Schaut, dass du schon wie du stehst. Auf beiden Füßen. Gewicht in der Mitte. Auf beide Beine verteilt. Also den Rupfen der Mitte. Gut. Immer weiter schwingen. Aufgericht. Fuß, Bein nach oben. Bauch rein. Fuß, Bein nach oben. Ein, ein, ein. Aufgericht. Hoch, Bein festmachen. An deiner rechten Bein. Okay. Jetzt beugen die rechte Knie. Und gehen die so einer kreisende Bewegung nach oben. Und dann wieder runter. Und nach hinten. Und vor. Bitte aufpassen. Das geht vielleicht nicht bei allen linken Bereichen. Wenn es nicht geht, dann einfach hier dieses Hoch und tief. Ansonsten diese kreisende Beuge nach hinten. Und dann nach vorne. Die Beine bleiben immer in dem gleichen Abstand. Okay. Bitte das Bein schwimmen, wenn es nicht ist. Und dann vorne hören wir hoch. Okay. Die Arme bleiben immer in der gleichen Position und schwingen einfach. Flex die Beine. Genau. Das heißt, man schwitzt. Komm. Vier Stücken. Drei. Zwei. Noch eins. Bleib wieder in der Aufgangsposition. Ich höre, dass du hier das Gewicht hast auf beiden Beinen. Okay. Weiter schwingen. Es brennt ein bisschen im Bein vorne vor allem. Genau. Weiter atmen. Noch ein wenig. Ein wenig. Durchschnaufen. Vier. Drei. Achtung. Die allerletzten. Vier Stücke. Gehen tief. Runde die Bahn stark im Rücken ab. Und so wieder nach oben. Die Beine bleiben immer gleich im Rücken. Okay. Arme vorne. Und ausatmen. Noch zwei Mal. Zieh die Arme schön tief. Werde rund im Rücken. Und komm langsam wieder hoch. Wieder ganz gerade rücken. Schultern tief. Letztes Mal. Ausatmen. Bauch rein. Rücken nach außen. Und wieder hoch. Super. Kommen Sie mit. Auf beide Füße. Hier sind die Kälte zum Boden. Klasse. Kühl langsam nach vorne ab. Lassen Sie flexibel liegen. Füße sind tiefsbreit geöffnet. Eins ist vorne, eins ist hinten. Hände neben dem Fuß. Auf die Matte. Okay. Die Dehnung stürmen. Gesäß, Oberschenkel. Lassen. Geh mit dem Körper, mit dem Druck noch ein bisschen tiefer. Wenn es geht, die Arme beugen. Und dann verstärkst du nochmal hier die Dehnung vor allem über die Kordelbein. Acht. Sieben. Weiter atmen. Vier. Drei. Zwei. Eins. Körper hoch. Alle letzten drei Mal. Wir lassen den rechten Arm und Boden vor die Kippen. Linker Arm geht hoch. Denk Körper nach links. Schaut zur Decke. Arme bewegen eine schöne Gerade. Und atme aus. Nimm deinen linken Arm zu Boden. Noch zwei Mal. Zwei. Und dann wieder zieh. Und letzte Wiederholung. Schön auf die Seite drehen. Stütze sich gut aus dem rechten Arm ab. Und geh wieder runter mit dem Arm. Beine ruhiger. Sehr gut. Ganz kurz auf die vierten Sätzen. Arme schütteln. Schultern. Geht's alles gut? Super, super. Wie wechselt ihr Seil? Ganz klar. Wechselt die Manik nehmen. Okay. Jetzt haben wir den rechten Fuß vor mir. Linkes Bein gerade. Genau. Geht bitte nicht gleich ganz nach unten, damit wir keinen Platz haben und zu produzieren. Achtung, bitte auffassen. Dein Bein ist gleich auf der Seite. Jetzt nicht so ganz eng stehen. Das ist ganz, ganz einfach. Okay. Vielleicht die Arme vorne, die Schwiehe. Rauch fest. Spür deinen Körper, dass du das Gewicht vom Körper in der Mitte hast, auf beiden Beinen. Und versuch jetzt diese drehende Bewegung richtig mit Spannung zu machen. Komplett beide Beine zu spüren. Okay? Lass dich. Knie ruhigen. Und vorne mit. Nach hinten zieh. Und vorne mit. Und wir haben alle Gelenke an und weinen Arbeiten. Füße, Knie, Hüfte. Wir haben überall eine kreisende Bewegung. Und schön fließen. Füße. Auch hier, wenn es nicht geht, dann einfach nur pfiffen. Mit festem Popo. Und sonst zweit. Das spüren wir vor allem ganz arg auf Ansatz am Knie. Egal, beide Beine. Deine Seite. Und weiter. Wuhu. Atmen. Noch drei. Zwei. Eins. Sehr gut. Gleich viel kurz. Popo festmachen. Weite Schwinge. Okay. Wir holen langsam nach vorne ab. Echt wieder ablegen. Und streck die Beine durch. Jeder jetzt noch auf die Ferse. Die Beine gerade. Ferse hinten am Boden. Spür die Länge jetzt am rechten Bein. Am Knobe und hinten am Oberschenkel. Sehr gut. Atmen. Okay. Und jetzt auch hier die Atemzüge. Der rechte Arm geht zu Becken. Dreh dich nach rechts. Schau nach oben. Mit Ausatmen geht langsam runter. Noch zweimal. Alles gerade lassen. Lass deine hintere Ferse aus dem Atemzüge. Atmen. Letztes Mal. Tief ein. Und tief ausatmen. Sehr gut. Okay. Und hier ruhig. Kurz auf die Fersen setzen. Und die Schulter wieder kreisen. Okay. Super. Schön wagen. Die Sonne scheint immer noch, aber die geht schon langsam runter. Aber die ist nicht mehr lange da. Wir drehen uns um. Flexi-Bahn mitnehmen. Jetzt haben wir schon eine halbe Stunde geschafft. Noch ein bisschen. Okay. Macht euch bequem. Wie immer hier schön Atemation. Die Flexi-Bahn kommt unter die Füße. Wir nehmen die Ellbogen nach außen. Reißen die Flexi-Bahnbrücke an der Seite. So jetzt kommen wir uns auf den Popo. Hüße hoch. Und schwingen hinter der Knie. Genau. Okay. Ich bin deine Schultern. Versuch, ihn noch ein bisschen mehr aufzurichten. Brust nach oben ziehen. Weiter atmen. 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 Okay. Jetzt sind wir die Arme ein bisschen weiter nach unten, sodass du immer noch schwingen kannst. Und wir fahren ganz kleines Fahrrad. Reißen. Bei dir und bei den Füßen. Drehen, 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 drehen. Okay. Weiter atmen. Wir bleiben auf dem Popo sitzen. Und immer weiter schwingen. Und ganz kleine Kreise. Anstrengen. Ja. Komm. Wenn du kurze Pause einlegst, dann machst du gleich wieder weiter. Okay. Ruhe. Noch ein wenig. Ganz gleich. Die letzten acht. Sieben. Sechs. Vier. Drei. Zwei. Eins. Halt. Richte dich noch von dem Rücken auf. Schwinge weiter. Die allerletzte Runde auf acht. Dann kommt Pause. Vier. Drei. Zwei. Eins. Flexi. Ablegen. Füße zum Boden. Beine. Durchstrecken. Leg die Flexi-Wage in den Griff. Unter die Wade. Die dickste Stelle hier. So, dass du den Druck spürst. Auch die Wade. Zieh deine Füße zu dir. Erst gehe hoch. Spitz dich auf. Die Arme auf. Nimm die Finger bitte leicht zum Popo gedreht. So, dass du die Arme beugen kannst. Okay. Jetzt geht's mit dem Popo. Und wir rollen hier ganz klein. Snack vorne. Die Massage für die Wade. Okay. Wenn du ein bisschen mehr in die Arme spüren möchtest, dann ruhig so streckst du sie. Dann geht's auch für die Trizze. So kleine Legestütze mit einbauen. Okay. Super funktionelle Übung. Wir trainieren unsere Schultern und Legen und massieren unseren Baden. Ist das schön. Okay. Okay. Lass die Füßen in der Luft. Beine deine Ziehspitzen fest. Achtung. Entfolge nicht ausstrahlen. Wenn es ausstrahlen, die Plätze mal ein bisschen anders passieren. Und wir atmen durch. Wir gehen tief mit dem Kopf. Zu den Beinen. Und wieder nach oben. Mit einatmen. Strecken. Noch dreimal. Atme tief aus. Und atme tief ein. Und gehe mit dem Kopf und mit dem Rücken hoch. Gut. Noch zwei Stimmen. Lass die Beine nicht gestreckt. Und spüre, wie Plexi war dich auf die Wagen drückt. Letztes Mal. Langsam wieder nach oben. Okay. Schulter kreisen. Kaffee. Die Flexi war legende Fuß beiseite. Sie ist müde in der Pause machen. Wenn Sie wollen, dürft ihr noch schnell was trinken. Es geht gleich weiter. Machen wir noch ein paar Wellen. Wir gehen in den Stüh. Finger geübten. Okay. Und jetzt schicken wir eine Welle von unten hier Richtung Hüfte. Dann geht es nach oben in den Rücken und auf. Richtig eine schöne Welle über den ganzen Körper. Du beugst eins nach dem anderen, alle deine Gelenke und deine Wirbelkörper, die du beugen kannst. Bis zum Hals. Bis zum Hals. Und spüre deinen ganzen Körper wieder. Und es wird richtig warm. Das ist eine warte Welle. Das ist eine warte Welle. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Noch eins. Und bleib im Stütz. Füße breiten hier. Wir gehen auf die Unterarme in die Planke. Halte. Und atme. Spüre deinen Körper mit dir. Einmal oben. Singen. Meditation. Okay. Atme. Bleib noch klein hier. Gut. Jetzt gehen die Knie im Wechsel zum Boden. Mahn die leise Behörde. Wieder hoch. Wenn du Schmerzen und Rücken hast, dann gehst du ein bisschen Hüfte und Popo und haltest deinen Bauch ganz bewusst fest. Bitte leise die Knie auf die Meise. Mit Gefühl. Und weich. Acht. Sieben. Spüre deine Schultern. Deinen Bauch. Drei. Zwei. Halten. Komm noch mal auf die Hände. Hände sind übrigens direkt unter den Schultern. Noch mal als Verinnerung. Gut. Wir gehen uns auf die Seite. Ein. Acht. Bleiben. Mit den besten Wippen. Vier. Langsam. Noch zwei. Noch eins. Kostet. Durchatmen. Wir gehen uns auf die andere Seite. Füße gehen komplett weg. Und weich. Riefe. Langsam. Drei noch. Drei. 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 So mit der Hände. Auf beide Hände nochmal. Und Nier beugen. Auf die vierte Treppe. Strecke aus. Die Bände hoch runter. Aus. Die Bände hoch. Und dann. Nachher. Das ist so. Okay, wir gehen jetzt noch einmal auf den Lauf, ganz kurz, ein paar Wiederholungen, noch mal die ganzen Körperspüren. Halte deine Hände nach vorne, Füße in den Boden schieben, also die leichte Variante ist mit gebeugten Beinen hier, oben hoch, dann gehst du mit dem Brustbein ein bisschen ganz leicht nach oben, haltest du lang, bis es geht und legst ganz dann vorsichtig ab und so bam, okay? Oder mit geradem Bein, das anstrengen, also Popo hoch, Brustbein, Ellgruppen bleiben angewinkelt, haltest du lang, zurückatmen, Kopf vielleicht rechts und links drehen und ablegen, kurze Pause. Nochmal, alles festmachen, Popo hoch, Brustbein hoch, alles gerade, halten und ausatmen. Letztes Mal, Beinen gerade, Popo nach oben, Brustbein hoch, ganz kurz halten, ausatmen, ablegen und alles strecken. Okay, wir atmen, ziehen durch, Popo nach unten, ausatmen, 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 ausatmen. Jetzt sind die Arme langsam zu dir, wir gehen mit deinem Bein und dem Füß hoch, also Hände wieder am Körper, Popo hoch, dann schiebst du deine Nuss noch oben und langsam mit den Vierfüßlern, auch die Füße und die Beine durchstrecken. Bersen zum Boden, schau, dass deine Füße öffnen bleiben, versuch die Hände auf den Machen zu lassen. Ausatmen,OSTecumal, потом, los sab freshmen, nach unten, ausatmen, ausatmen, ausatmen. Gettet, bei den Widerte desndes und wonastes, zum Boden, über yapł ab ó rot, dann gesetzt unter uns in den Changemü dressen, ausatmen, 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 ausatmen. Ein microb 고 이렇게 solltaps, be worth kar ab ó soda eturnamente, ausatmen, 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 ausatmen. Versuch deine Hände so weit es geht auf die Matte zu lassen, Beine ganz geladen und nochmal ganz leicht und dann hin zum Schaukel, dass du den Tuch provieren, eine Wand hinschiebst und dann gleich wieder vor, einmal mehr Gewicht auf die vierte und einmal ganz leicht auf die Hände, atme und jetzt die letzte Steigerung, zieh deinen Kopf an die Beine. Atme, schau zwischen den Beinen zurück, da hinten und steige, zieh den Kopf so weit es geht zu den Beinen. Okay, das werden wir aufrichten. Sehr schön. Wir schütteln die Arme. Und die Zone ist beim Verabschieden, draußen, durchatmen. Okay, gut, atmen, Schultern nach hinten. Wir haben geschwitzt bis zum Schluss, oder? Ja, also ich schon, ihr auch? Super. Wir haben es geschafft, wieder mal. Ich wünsche euch einen schönen Abend, wir sehen uns, macht's gut.